Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Rückendeckung anzunehmen bei Raskaji in Fuldun, in dieser Position. Nehmt die Quest gleich mal an. Nun darf ich ihn nochmal anklicken, also ansprechen und dann die Sprechblase hier anklicken. Nun darf ich ihn eskortieren. Geht ein bisschen langsam. Man wird jetzt auch ein bisschen mitlesen dürfen oder zuschauen. Oder mithören. Nein, sie sprechen nicht. Nur textmäßig. Ich glaube, es endet in einem Kampf. Bin mir aber nicht ganz sicher. Quest habe ich nämlich schon mal gemacht, ist aber ein bisschen länger her. Okay. Du stirbst zuerst. Oh, Fikinge. Nun könnte man schon die Quest abgeben. Wie ihr seht, während der läuft, hat er schon das goldene in Fragezeichen. Aber ich warte, bis er steht. So. Hey Mann. Quest ist abzugeben bei Raskaji in Fuldun. In dieser Position bzw. in diesem Bereich hier. Habt ihr es ja gerade gesehen. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Ciao.